Hi, ich bin Sophia vom Tami-Hunde-Box-Team und ich zeige euch heute, wie man die Tami-Kofferraum-Box aufbaut. Wenn die Box vor euch zu Hause ankommt, dann sieht sie in etwa so aus. Sie ist zusammengefaltet und der erste Schritt ist, sie jetzt erstmal aufzupumpen. Dafür haben wir die Pumpe und die ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Unsere Pumpe hat hier vorne ein spezieller Drehverschluss. Den klickt man einmal ein und dann dreht man ihn fest. Am besten man hebt es hier vorne, drückt es rein und dreht es fest. Wie ihr seht, habe ich die Box noch nicht ganz aufgepumpt, weil wir brauchen noch den Stab. Und der verbindet die zwei Seitenelemente miteinander. Das ist für die Stabilität und das machen wir jetzt zusammen. Die flache Seite muss nach vorne. Wir schieben das jetzt hier rein. Einfach ein bisschen am Stab drehen oder gegebenenfalls nochmal ein bisschen Luft aus der Box lassen. Und schon ist es fertig. Ihr habt gesehen, das Aufbauen von der Box geht relativ schnell. Und wenn man da so ein bisschen Routine drin hat, dann kriegt man das innerhalb von einer Minute ganz easy hin. Bei weiteren Fragen zu der Box könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch weitere Infos über unsere Boxen benötigt, dann schaut doch in unserem Online-Shop vorbei. Der ist ganz unten auch verlinkt. Und ja, viel Spaß mit unseren Tabiboxen. Wir haben tatsächlich eine �acie und wir sind halt ehrlich zu unterstützen. Wir haben uns auch ein bisschen maps, der ist alles gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017